Das war das Second Quarter. Ich hab dann eh geklickt. Jetzt kommt Stefan wieder, ey Mr. Football-Experte. Ruf mal beim Mann an, vielleicht braucht er noch einen Kommentator für seine. Mr. Football-Experte. Er stand die ganze Zeit da. Nein, Stefan. Doch. Ey, ey. Ich hab nichts gedrückt. Egal. Geil. Da steht's, dritte Quarter. Dritte Quarter. Quarterman. Oh, come on. Was? Oh. Jetzt rück in eure Richtung, ey. Safe cover. Suicide. Oder Spiele. Nein, nein. Ey, der ist durch hier. Nein, der ist nix, ey. Viel zu viel Boden gut gemacht, die Schweine. Ja, stimmt, ey. Leider Gottes. Warum machen wir nicht mal so geile Pässe? Was los? Ja, die haben die beste Landschaft. Und so. Ey, guck. Wir können einfach durchlaufen. Wie, was geht's? Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Wie, was geht's? Das war nix. Jetzt haut das Ding noch da rein. Das geht voll gerade. Ich kann nicht passen. Ich hab A gedrückt wie so ein Beklopter. Dead game. Es macht einfach was es will. Die sind einfach gegen Indianer, das Spiel auch. Die Washington Redskins. Zehn Jahrzehne. Ey, wie die übertreiben. Tschüss, ey. Ich weiß, wir faire Sportsmänner und die, ey. Weil die nix drauf haben, weißt du? Oh, was ist hier los? Ah, schade. Aber richtig gut, ey. Ey, die haben schon wieder einen Punkt gekriegt. Ey, nicht weit, Nico. Jambalaya, Jambalaya, uhu. Den wir im Game sind. Jetzt können wir draufschießen, glaub ich. Ne, die sind dran. Boom, ey. Was los, ey? Fake Zone. Jeder kennt die berühmt-berüchtigte Fixung. Übel, in den Füßen angenommen, oder was? Beim Salto. Voll dumm. Also die Dallas Cowboys können so abnormal hoch springen, ey, und wie? Das sind Cowboys, ey. Brokeback Mount. Block ihn auf A. B, Mann, ich. Fuck, ey, die haben so viel... Ey, wir müssen die wieder zurückdrängen. Boom. Der Man-Blitz, ey. Der One-Man-Blitz. Berüchtigte Taktik von den Washington Redskins. Nein, nein, nein! Oh, Mann. Boom, ey. Vierer Sportsman. Du musst den Safe Zone. Er hat das Spiel erfunden. Warum spielen Leute das überhaupt? Nein! Block ihn! Nein! Das lief's nicht. Das lief's einfach nicht. Jetzt haben die einen Freak. Dass du willst, dass die KI auch nix macht. Wir müssen ja selber wechseln. Weißt du, wollte ich so geil rüberspringen? Und dann das. Was? War das geile? Ja, ich bin mir auch krass. Short yet. Renn, 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 renn! Ja, aber ich noch springen, ey. Jetzt, wir passen ein bisschen nach mir. Stimmt, ey. Aber du bist ja so'n... So'n... Ein-Player-Game-Triker. Oh, One-Man, ey. Ja. One-Man-Show. Nein! Ey, warum ist die KI weggegangen von dem Ball? Ey, das ist so'n perfekter, geiler Pass, ey. Richtig, ey. Der hat ihn einfach gefangen, aber nein, der geht einfach weg. Es werft doch nicht immer, das wird nix. Wow! Suckabliiii! Doch was, ey. Was für ein Pass, ey. Wow, Leute! Ey, die Menge tot. Ey, wir haben nur noch ein Quarter. Ein Quarter, ey, packen wir, packen wir. Guck. Das sind Fire Rules, ey. Müssen blocken, ey. Boah. Das gibt's nicht, ey. War doch nicht viel, was die gemacht haben. 33 Yards. Ja. Geht nur. Mit B kannst du übrigens, äh, mit A kannst du selber wechseln, die Spieler. Ah. Boah! Richtig geil! Wie die Tiere. Wir haben sie, ey. Mach unten Schiff Ride, ey. Mach unten Schiff Ride, ey. Mach unten Schiff Ride. Boah! Boom, ey. Was ist los, Dallas? Dallas wackelt, ey. Earthquake. Was ist los, Leute? Höh! Der fährt nicht aus, ey. Tön vorbei. Schade. Na egal, was, wir sind jetzt hier. Es sind die im Angriff. Ja, richtig. Geil. Was, wir drehen das jetzt. Zeit, dass sich was dreht. Schade. Angebremst, hat sich geworfen. Er hat mich, ey. Fuck. Da hab ich noch gefuckt, der an der Hand, ey. Alter, in den Hosen, ey. Scheiße. Ich konnte nicht mal mehr A drücken. Dann kam da schon der Dallas-Mann an, ey. Willst du mal alles riskieren? Okay. Nee. Vorbei, oder was? Wir sind. Okay. Ey, wir müssen jetzt blocken. Fick zu. Komm, ey. Was, was? Was? Uh. Mit A, äh, foult man auch, oder nicht? Ja. Okay. Mit B. Mit A kann sich wieder wechseln. Ah. Also, nach N64-Prinzip, ne? Ja, ja. Und schon. Oh, fuck, ey. Da hab ich das benutzt, ey. Ich weiß nicht, dass ich da hab immer A gedrückt. Logisch, dass ich kein Foul. Das ist immer durchgelassen. Ja, ich bin schuld, ey. Ich bin schuld an der Misere der Redskins. Oh. Was, ey? Wo willst du hin? Das war ich. Was, Stefan? Wo willst du hin? Ey, das wird nichts, ey. Ich verliere. Suicide. Suicide? Alle einfach drauf lospreschen und umbringen, die Leute. Wir haben keine andere Wahl. Ey, wo die sind, ey. Oh, geil. Ey, der hat wieder ein paar Jats verloren. Suicide, das war geil. Gleich noch eine Runde mit anderen Teams. Wir können jetzt nicht verlieren, Mann. Incomplete, ey. Wurstfinger, ey. Oh, die riskieren jetzt alles, ey. Doch nicht. So ist es. Könnte ich nicht erlauben. Nein! Oh, Stefan hat alles auf eine Karte gesetzt und dann macht er das Ding, ey. Das gibt's nicht. Ich weiß, es kann... Steve geht, ey. Steve geht, ey. Dann nenn ich ihn auch Mr. American Football. Ja. Ich konnte nicht abgeben, das ist so ne... Weißt du? Ja, das kann man, glaube ich, nicht. Das kann es einfach nur loswerden. Ey, ich mache jetzt alles wieder hier so wie eben und dann machen wir Punkte. Ja, aber fix, ey. Hier. Einfach rennen, einfach rennen, springen, kann man nix machen. Wie kann man denn springen? Auf A, auf B, wenn du den ballerst. Nach und nach kommt alles. Er hat den Sekunden. Shortjet. Ich glaube aber nicht, dass wir neun Punkte kriegen. Ich kriege immer gleich pro Touch. Ich bin nicht offen. Ob der Fußball schon ein biedener Durchsport hat. Nein! Wie kann ich so bieden, ey? Was, was? Wobei? Ja. Oh, nein! Ey, das... Das war's, ey. Die Ratskin sind am Boden. die Strecke hätten sind auch am Anfang jetzt das war's GG well played was was well played was well played das war's gibt's auch ein Quarter? von einem 5. Quarter vielleicht? 5, ey! 5. Quarter 5. Viertel geil ja leider nicht ich versteh die Regeln ich war eigentlich auf Wurscht ey, warum gibt's Dings eigentlich? Brennball Völkerball das Spon geil, ey! ey, es riss die ganze nein, das ist von nach vorne schießen so werf! da konnte ich nicht werfen guck wie fett der ist Cowboys win tschüss 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 ich hoffe wer klappt da den Fall? Forrest Gump oder was? guck dir's mal an, ey! der Sound ist sowieso gerade richtig schlecht oh man!